Willkommen zurück Leute, ich bin Skop4ZM1LP, ich weiß auch nicht warum ich das immer sage und ich lade mir immer noch die Boba Version von Starcraft 2 runter und jetzt auch noch Portal Pro das wird hoffentlich auch geletsplayt, wenn das cool ist Das hat mir MaxiKing empfohlen, falls du das dir jetzt anguckst, viele Grüße an dich für dieses coole Mass Ok, wir spielen jetzt Portal Project Alpha Das ist die Alpha Version von Portal Project Beta Das ist jetzt so aufgemacht, wie damals die Beta und der Trailer von Portal Man sieht schon, das ist eine andere Portal Gang, die wird auch ein bisschen anders gehalten In der Demo von Portal Project Beta, da war noch ein Finger dran Was ich ein bisschen schade finde Ja, da sind jetzt die Effekte aus dem Portal Trailer und so weiter Und die Portale sehen auch etwas anders aus Und hier sind hier auch eine andere Figur, die etwas hässlich aussieht Ok, hier ist gerade atmosphärische Musik Die ihr wahrscheinlich nicht hören könnt, tut mir leid Aber war trotzdem Ja, sieht ein bisschen komisch aus Das Feuer, ein bisschen billig Egal Billig Feuer Und die Decke, die auf uns zustürzt Ok Weiter geht's Ich versuche das jetzt so zu lösen, wie im Portal Trailer Ja, sogar halbwegs geglückt Wie schön für mich Schon ist der Würfel weg Hallo Tut mir leid Wir waren nicht mit Absicht Was hier gerade passiert ist Also als mein Kumpel heute Star Wars 2 gekauft hat Da hat er richtig Bauchschmerzen und war sowas von aufgeregt Ich glaube, ich weiß jetzt schon Ich habe darüber gelacht Er wird wahrscheinlich darüber lachen, wenn Portal 2 da ist Ich glaube, ich werde dann sofort filmen, wie ich nach Hause komme Und wie ich das installiere und so weiter Ja Wow Ich werde dann auch das Auspacken filmen Ist ja ganz beliebt bei neuen Spielen Unpacking Das und das So ein Video werde ich auch einstellen Wahrscheinlich auf einem anderen Kanal aber Jo Ist das Mod kurz? Oder habe ich nichts zu erzählen? Ne Ist das Mod kurz oder habe ich nichts zu erzählen? Das ergibt doch keinen Sinn Ja Das sollen wir jetzt so machen, wie in dem Portal Trailer So Ja Ja Okay, ich war gerade ein bisschen abgelenkt Aber egal Ja Sieh was? Ich schieße so ein Portal Und verstecke mich Ich verstecke mich nicht Searching Searching Alle gleichzeitig gepound Wasser High Definition Wasser Das meine ich eigentlich Das sieht auch ganz cool aus Wow Das sah cool aus Ja Dann sollen wir es so machen So an die Decke schießen Der flucht Knack Okay So Da haben wir unseren Würfel Hier ist die Bewegungsunschärfe viel cooler Finde ich No Ich habe ein bisschen gemogelt Aber trotzdem So So Und da habt ihr wieder euer Searching Halt's Maul Halt's Maul Alter Dass die Viecher so laut sein müssen Oh Das ist normal Dieser ganz normale Portal Trick Was auch immer Wow Fail Ich habe gefailt Ich habe gefailt Ist das eine Lüge Oder nur eine Illusion Niemand weiß es So Okay Weiter Noch zurück Dann passiert da irgendwas Ah Wow Schwein So dreckiges Schwein Leg dich einfach mal da hin Was Was nun Das war's Dann können wir mal so machen So machen Lade Daten Lade Daten Lade Daten Laden 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 Das kann man 15 Irgendwie ist es in der Originalversion Das kann man 18 So So ein bisschen Anders Okay Weiter geht's Irgendwie lasst ihr mich nicht sehen Wow Fick dich Fick dich Okay Ah ist das laut Ich diese Geräusche hasse Weil die normalen Teile sind viel angenehmer Die originalen Oh ich will Portal 2 spielen Nicht irgendwelche Portal Mod Oh man Oh Es tut irgendwie jeden Tag weh Ohne Portal 2 aufzustehen Ach Ich will Portal 2 spielen Irgendwie Es interessiert Egal LoL Keine Tür Auch da hat sie Doch nicht so ganz wie Tescama 8 So noch ein bisschen Ja Also jetzt halbwegs drühen Ja Das ist jetzt Die Beta Version von Tescama 16 Hier gibt Okay Slow Das heißt lösen Ja Hier gibt's leider nicht Diese coole Stelle Wo sich Tescama Äh Testsubjekte mal versteckt haben Sondern hier liegen einfach nur Sinnlos und ohne Würfel rum Tja Ist ja viel realistischer Und viel stylischer Mit viel mehr Story Ja Entschuldigung Ich weiß auch nicht was Weil hier los ist Bin ich etwa auch aufgeregt Weil ich jetzt Dark Rift 2 Mehr oder weniger hab Ja Egal Boah So viele So viele So viele So viele Tja Jetzt kannst du nichts mehr suchen Tja Das hängst du Oh Du auch Oh Halt's Maul Dreckiges Lautes Soll ich jetzt einfach Da durchstürmen Oder was Wow Oh Wow So Vielleicht